Schlagerparadies Hier fühl ich mich wohl Radio Schlagerparadies Halten Sie sich für schlauer als er? Sie glauben im Ernst, Sie können ihn zu einem Geständnis bewegen? Ich bin keinesfalls schlauer als er, Sir. Das ist meiner Meinung nach auch nicht unbedingt notwendig. Ich sage Ihnen, was passiert. Er kommt runter, spielt eine Weile seine Spielchen mit Ihnen. Weiß Ihr Sohn, was Sie machen? Er weiß, dass sein Dad Menschen beschützt. Spielt Kratz und Maus mit Ihnen, gibt Ihnen das Gefühl, Sie hätten etwas erreicht. Drücken Sie Aufnahme und die Party kann beginnen. Heute ist der 13. Februar 1986. Ich bin Agent Bill Hagmeier, mir gegenüber sitzt Theodore... Nein, Ted. Mir gegenüber sitzt Ted Bundy. Ted Bundy verbleibt nur noch 13 Stunden bis zu seiner Hinrichtung und er nutzt diese Stunden, um Zeit zu gewinnen. Er ist bereit zu reden und seine Verbrechen zu gestehen, er will aber nur mit einer Person reden. Es gibt eine Menge Familien, die nach Antworten suchen. Die Welt muss erfahren, warum er diese Frauen getötet hat. Ich bin Ihr nächster großer Fall und später wird man sagen, Sie haben mich zum Reden gebracht. Es kursieren viele Mythen und Missverständnisse über mich. Was geben Sie preis? Na alles. Was glauben Sie will er? Wir beide werden uns hinsetzen und die Unterhaltung führen, die Sie die ganze Zeit gewollt haben. Wenn man so einem Typ zu nahe kommt, kann man sich schnell verlieren. Glauben Sie, Sie könnten jemanden umbringen? Ich bin FBI-Agent. Das habe ich nicht gemeint. Sie können diese Frauen nicht gefangen halten. Ich spiel keine Spielchen. Wie viele haben Sie getötet? Sagen wir 30. Sagen Sie mir, wie viele es wirklich waren. 30 ist eine runde Zahl. Sie dringen in meinen Kopf ein. Ich möchte es verstehen. Sie denken, ich hätte es verdient, meine Zeit zu sterben sei gekommen. Ehrlich gesagt, hätte man das schon viel früher machen sollen. Ich werde Sie zu einem Ort bringen, zu dem ich bisher noch niemanden gebracht habe. Ich brauche einen Moment mit Bill. Er ist mein bester Freund.